Unerwartet? Da war ich ehrlich gesagt schon 17 und das war mein bester Freund und erst war der in mich verliebt, dann war ich in ihn verliebt, dann war er immer, wenn der eine gerade verliebt war, war der andere nicht mehr verliebt und dann kam doch dieser erste Kuss, also war es unerwartet. Bei einem Abend-Event trage ich eigentlich immer Lippenstift, ich finde, da wirkt man so richtig angezogen, also da fühlt man sich zurecht gemacht und so ein Gloss, wenn man zum Beispiel shoppen geht oder mit Freunden in einen Café, das ist eher was, was man in so einer Tasche hat, was man auch ohne einen Spiegel mal leicht nachtragen kann, das ist eher das unkomplizierte Tagesprodukt für mich. Da mein Freund hinter mir sitzt, würde ich mal sagen, nur mein Freund. Ich hoffe ich habe. Untertitelung des ZDF, 2020